But don't get left behind on the road But don't get left behind on the road Jesse, warum machst du Risiko? Du machst Alga mit Oksana? Du breitest dich aus wie ein Geschwür in meiner Stadt. Und ich bin der Sky Bay. Aber wenn sie Krieg wollen, dann bekommen sie Krieg. Frau Pummel. Pummel? Frau Pummel! Wie können Sie eine Kundin in so einer Art und Weise beleidigen? Na ja, ist doch besser, als wenn ich ihre fette Tochter bleibe hätte. Amir, die große YouTubester. Willst du ein Autogramm von mir, oder was? Ich stehe eher auf deinen Ort, Digga. Die komplette Ware ist weg, Jesse bringt mich um, Alter. Was willst du machen? Eine Bank überfallen, oder was? Ich will vielleicht gar nicht deine Mutter, du Bastard, Alter. Ja, das ist schlecht. Schlecht, sie ist 70 und hat Beckenprobleme. Ah, ich merk das richtig doll grad. Ich kann das fühlen. Das ist traurig. Ich gebe dir jetzt die 40.000 Euro und du gibst mir die Hälfte der Kohle. Was für ein Psycho bist du, Mann? Herr Bonds. Das Leben ist schön. Woher kennst du Amir? Amir. 20.000? Wo ist der verdammte Rest? Wer bist du? Ich bin... Der Manager, Alter. Klar. Du hast doch keine Ahnung von Musik, ich schweige denn von Web, Alter. Und ich soll dich mit niemandem als meinen Manager vorstellen? Hier! Ist das lit? Das stimmt nicht mit dir, Mann. Du kommst zu so einem Gespräch mit so einem Dödelbuch? Okay, wir verdoppeln unser Angebot erst mal. Ich gebe ihn auch noch in meinem Kärtchen. Es ist Vakuum eingeschweißt. Wir brauchen Jassi. Wir brauchen Rückendeckung. Ab jetzt gehört mir von allem, was ihr macht, die Hälfte. Schlapp mal! Es gibt Gerüchte, dass du hast Interesse an Musik-Business. Ab jetzt muss ich euch die Russen normales halten. Ups, Verzeihung. Welche Geschichte erzählen wir? Na, die des unterdrückten Mannes. Ich hab mich sterilisieren lassen. Das ist ja wie bei Apollo 13. Da bist du von Kindern so weit entfernt, wie die damals vom Mond, ne? Wieso verhältst du dich so asozial? Und wie treibst du dich nachts rum? Ich liebe ihn. Mach mir bloß nichts vor, denn ich kenne dieses Spiel. Wir sind zusammen seitdem wir 18 sind. Wow. 18. Alles gut? Alles bestens. Oh shit. Mal die Fresse, wenn du mit mir redest, Mann! Los auf Doktorspielchen? Ja. Was bist du für ein Freak? Willkommen in der Khalil-Familie. Patchwork Gangster. Unbedingt abonnieren! Frau Best, rufen Sie doch bitte mal den letzten Abschluss von der Firma Ringelion. Ja, gerne. Wollen wir das dann für Sie einrichten? Ja. Ja. Na, hat sich da jemand erkältet? Gesundheit. Danke. Gesundheit. Nochmal. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Gesundheit. Jetzt aber. Schönheit. Gesundheit. Gesundheit. Jetzt aber. Schönheit. Gesundheit. Ja. Ja. Na ja. Und die, die war ja ganz allein. Ja, keine Kinder, keine Verwandten, nix. Wirklich schlimm so einsam zu sterben. Na ja, wenn ich sehe, wie viel sie noch auf dem Konto hat. Davon könntest du 200 mal bestattet werden. Ja, schade um das. Ich meine, schade um Frau, Frau. Äh, Frau Onik. Ja, ja. Ach, Mensch. Ja, gerne. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. So allein und verlassen. Also, ich müsste nie mal so abnippeln. Aber jetzt, wo Irmgard mich verlassen hat, mich letztes Jahr hat sitzen lassen. Wo soll ich denn jetzt noch eine Frau finden? Der Sohn lebt ja da unten. Aber von dem habe ich auch nichts zu erwarten. Der war eigentlich immer so ein Mamakind, weißt du? Wie schön, dass Frau Onik so kurz vor ihrem Tod noch eine Haarabhebung getätigt hat. Tja. Du, Franz, bleibt das eigentlich bei heute Abend? Hilde wäre auch dabei. Na klar. Hey, Franz, stress dich nicht. Die alte Knüppelkuh meint das nicht so. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt auch zu tun. Ach, äh, sag mal, Franz. Der Typ gestern mit dem Helm. Da dachte ich, der will gleich die Bank überfallen. Was? Ne, 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 der war dumm. Der wusste gar nicht, dass man hier Helme gar nicht aufsetzen kann. Das habe ich ihm gesagt. Warte mal. Aber ich, ich muss jetzt wirklich, ich muss, muss jetzt. Na ja, auf alle Fälle das ganze Geld von dem Konto von Frau Onik wurde bar abgehoben. Ja, wo ist denn der Beleg? Äh, na ja, ich meine, wenn sie das abgehoben hat, dann muss sie ja noch gelebt haben. Dann muss ja der Beleg auch noch sein, ne. Kannst ja schon mal anfangen mit suchen. Ich meine nicht, dass wir auch noch eine Kontolaicher hier haben. Du, du, dein schwarzer Humor. Oh, ich. Du, du. Hey. Hey, du. Hey, du, du. Ja, guckst du, du, gut. Danke schön. Ja, alles wird gut. Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Toll, wie Sie das alles hinkriegen, Herr Fonzi. Ja, so mit Ihren Gebrechen. Ja, danke. Ja, das war's wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.